Seitdem ich denken kann, war mein Wunsch, dass ich den Betrieb meiner Eltern weiterführe. Da habe ich gesagt, da kann nichts dazwischen kommen und jetzt habe ich einen guten Partner gefunden, was in der Liebe auch noch passt, nicht nur vom Kochtechnischen her und jetzt machen wir das gemeinsam. Ich beschreibe die Küche als kreative Landhausküche, die wir halt eben machen, wo wir halt ganz normale Produkte aus der Region beziehen und einfach ein bisschen peppiger, ein bisschen, so wie man es halt eben vielleicht auch noch nicht auf dem Teller bekommen hat. Einfach ein bisschen interessanter machen für den Gast einfach das Gericht und ihm zeigen, dass die Produkte einen kurzen Weg haben bis auf den Teller. Ich glaube, in der Gastronomie sind die Gäste, wenn du dich da zufriedenstellst und die sind glücklich mit dem Essen und sagen, es war gut, es war toll, es hat sich einen Spaß gemacht, bei uns gewesen zu sein und ich glaube, das ist die beste Bestätigung für eine Gastronomin.